Die Immobilienmärkte befinden sich derzeit in einer guten bis sehr guten Verfassung. Mieten und Preise sind weiter gestiegen, jedenfalls in den meisten Märkten und Segmenten. Dieser Trend wird voraussichtlich auch in 2019 anhalten, denn die Zinsen bleiben weiter niedrig und die Nachfrage nach Immobilieninvestments ist ungebrochen. Verstärkte Aufmerksamkeit gebührt allerdings den Mieterträgen, denn es zeichnet sich ab, dass die Konjunktur etwas zu schwächeln beginnt. Für Investoren und Bestandshalter bedeutet das große Vorsicht im Ankauf, Aufmerksamkeit auf die Miethöhen und Mieterbonitäten und insbesondere die Bestände wasserdicht machen. Das heißt Verkauf von Risikoobjekten, vorzeitige Verlängerung von Mietverträgen und Nachinvestitionen dort, wo es sich lohnt. Die Anforderungen an ein professionelles Immobilienmanagement sind in den letzten Jahren enorm angestiegen. Ich glaube, dass die Veränderungsgeschwindigkeit sich noch weiter erheblich erhöhen wird. Schlagworte wie Digitalisierung, New Work, Agilität werden in diesem Kontext gerne genannt. Ich würde es so bezeichnen, Immobilienmanager sollten sich auf ihre Kernfähigkeiten konzentrieren, dabei aber durchaus neugierig bleiben und auch neue vielversprechende Wege gehen. Neue Wege geht Union Investment zum Beispiel, indem Arbeitsprozesse permanent auf Effizienz getrimmt werden, auch durch Anwendung künstlicher Intelligenz. Aber es geht noch weiter. Man beteiligt sich auch an Startups in diesem Bereich, um noch näher an der technologischen Entwicklung auf diesem Gebiet zu sein. Ein weiteres Feld der Innovation liegt im Bereich der Produktentwicklung. Über die Beteiligung an dem Wohnungsunternehmen ZBI in Erlangen sind wir in der Lage, unseren privaten und inzwischen auch unseren institutionellen Anlegern Wohnfonds anzubieten. Sehr spannend ist es aber auch für größere institutionelle Anleger, besondere Nischen oder ganz besondere Objekte aufzutun, die in dieser spätzyklischen Phase des Marktes für diese Kundengruppe interessant sein können. Wir nennen das den Catch-of-the-Day-Ansatz. Das Immobiliengeschäft von Union Investment ist 2018 um ca. 3,5 Milliarden Euro bzw. 9% gewachsen. In besonderem Maße haben dieses Mal die Servicemandate zum Wachstum beigetragen, aber auch die aktiven Mandate konnten dadurch, dass wir etwa 2,3 Milliarden Immobilien angekauft haben, weiter wachsen. Dadurch haben wir inzwischen die 40 Milliarden Marke betreutes Immobilienvermögen überschritten und unsere Marktposition als Marktführer in Deutschland weiter ausgebaut. Für 2019 sehen wir ähnliche Wachstumsmöglichkeiten. Wir werden aber aufgrund der geschilderten Marktentwicklung noch vorsichtiger und innovativer vorgehen. Verbrechenが nytt 라는 Alternati GB undennium Standort Fotional ist dieses Mal 들어acies geworden. Wirτέle die Wachstum für unsere Markt rails in Deutschland Würfel. Wirت officials Xavier embraced알assen und reflektieren im Bild